Musik Musik Wir sind sehr froh, dass wir die WM schon zum dritten Mal nach 1987 und 2005 in Oberstdorf begrüßen dürfen. Die Vorbereitungen haben wir ja schon direkt unmittelbar nach der Vergabe im Jahr 2016 begonnen. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir so Tugenden wie Qualität, Ordnungssinn und Zuverlässigkeit in die Organisation einbringen. Gerade da ist ein Partner wie WIRT für uns von besonderer Bedeutung. Mein Name ist Florian Stern. Ich bin Geschäftsführer in der neudischen Ski-WM Oberstdorf 2021. Bei diesem absoluten Highlight im Wintersport ist natürlich gerade das Thema Infrastruktur eine besondere Herausforderung. Gerade in dieser finalen Phase, in der finalen Vorbereitungsphase der WM, ist Schnelligkeit und Flexibilität ein ganz wichtiger Punkt für uns. Da kommt uns natürlich das M-Cube Akkusystem von WIRT sehr gelegen, weil wir da wirklich mit den gleichen Akkus mehrere Maschinen schnell und flexibel betreiben können. Spitzensport braucht auch Spitzenvorbereitung. Mit unseren Mitarbeitern und Helfern, den Hidden Champions, wollen wir die Höchstleistung vollbringen. Und dafür brauchen wir auch die besten Partner. Der Baulock-Container von WIRT bringt unsere Arbeitsmaterialien direkt auf die Strecke. So haben wir Verbrauchsmaterial wie Schrauben, aber auch Werkzeuge wie Bohrer, Handwerkzeuge und Elektromaschinen direkt zur Verfügung und sind auf diese Art schnell und flexibel. Zur WM wollen wir und werden wir uns durch unsere Partnerschaften nochmal professioneller aufstellen. Die Marke WIRT hilft uns im Bereich der Montage- und Befestigungstechnik, unsere Ziele zu erreichen. Was für uns zählt, ist, dass wir eine erfolgreiche Veranstaltung durchführen und dass wir von dieser Veranstaltung einmalige Bilder aus unserer Allgäuer Heimat in die Welt senden können. Was für uns zählt, ist, dass wir eine erfolgreiche Veranstaltung durchführen.